Für Heidegger Zwitzerland mit der Marken Kalanda, Haldergut, Eichhof oder Zieglerf ist das natürlich einen extrem wichtigen Anlass. Das ist eine Plattform, wo wir unsere Partner treffen können, wo wir mit top kreativen Leuten aus der Branche zusammen können und einen Dialog aufbauen können. Also extrem wichtig für mich. So viele Top-Gastronomen und Leute aus der Branche auf einem Fleck zusammen zu haben, ist eine tolle Sache und ich freue mich heute vor allem auf eine tolle Party und hoffentlich auf viele neue Fans von österreichischen Weinen. Man trifft sich auch neben dem Geschäft. Man arbeitet zwar schön an, aber es ist gleich freie Zeit. Und da kommen wir mit Kunden in Kontakt und ich glaube, da dürfen wir auch mal etwas zurück schauen. Auf ein gutes Jahr hoffe ich. Und dann viel Freude und Spass. Das zählt gut. Am meisten Spass macht natürlich die ganzen Menschen hier zu treffen, den Preisträgern wirklich auch zu gratulieren. Das macht Spass und natürlich, dass man gemeinsam feiert. Gemeinsam auch ein tolles Jahr, was zurückliegt und ein tolles Jahr, was vor uns liegt. Gemeinsame Anstrengung zum Branche als Branche. Bis zum nächsten Mal.